Ihr habt euch schon immer gefragt, welches ist die beste Laufmethode in Wobbly Life? Ist man schneller, wenn man springt oder normal läuft? Und das finden wir heute heraus. Ich bin hier dabei mit Dolby. Du läufst, ich spring. Okay. Drei, zwei, eins, los. Ich zieh davon. Das stimmt, du entfernst dich echt weiter. Du springst, ich doublejumpe. Okay. Drei, zwei, eins, los. Irgendwie hast du den Startvorteil, oder? Ja, ich hab halt keinen Discord-Lag und ich sag's und deswegen ja. Aber ich zieh nicht davon wie im ersten Rennen, also ist es gleich. Das Eisschuh gegen springen. Drei, zwei, eins, los. Wäre gleich, außer dass du irgendwie nach dem Start total weit vorne warst. Okay, da habt ihr's. Springen ist schneller als Laufen, aber sonst sind alle ungefähr gleich schnell.